Ah, voll ins Gesicht! Oh, warte, ich zieh mir was Neues an und dann können wir. Ja, yo. Yo. Anziehung, du bist doch schon anziehend genug. Und dann macht er einfach. Naja, du hast letztens Yo gesagt. Also ich find das gerecht. Ne, er muss bar sagen. Das glaub ich nicht. Was? Bayo? 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 Ich geh hier rein. Wow! Weil ich weiß, dass ja einer ist. Ja, du komm! Ja, du bist ganz groß und gruselig. Lass die noch mal rankommen! Wollt auch mal raushauen. Ich auch. Ach toll, jetzt wird mir wieder ein Stück Rüstung. Oh, und ein Kannibalier. Also so ein... Nicht ein Kannibali. Ein Blinder. Oh, der Blinder hat keinen Kopf mehr. Der lebt ja hier noch! Ja, ja, das ist aber sicher. Nicht mehr. So, ist hier noch einer? Ja, 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 ja. Alle geilen ja weg. Ne, erstmal den hier. Oh, da kommt noch einer. Ist er nicht? Jetzt ist er. Ne, ist er nicht. Noch einer! Oh, der ist schon tot. Einen Arm abgehackt. Noch einer? Nein. Der hier zuerst. Ohne Arm. Ohne Arm? Ja, ich hab drei Rüstung verloren. Warte kurz. Ohne Momento, por favor. Ich nicht spreche in Chinesisch! Ah! Yo! Yo! Ich hab' dich gerade beim Drinken gestört! Ach, du darfst, du darfst. Ach, du darfst, du darfst. Ich hab' dich gerade beim Drinken gestört! Beim Drinken. Yo! 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 Ich werde gleich weg, glaube ich. Du bist was? Achso, du wirfst... Ja, ich hab' weggeworfen. Ich hab' weggeworfen. Er hat weggeworfen. Immer diese Wegwerfgesellschaft. Yo! 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 Ich werde wieder weg. Er wirft wieder weg. Eiskalt hinter dich, du! Genau da, wo du stehst. So, jetzt ist noch der hier im Flur. Yo! 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 Und wieder in Fort damit. In Fort damit? In Fort damit? Eine Pistole, ein Aufsatz und eine Pistole! Warum haben wir eigentlich, äh, äh, Jacqueline hier nicht die Waffe gegeben vorher? Ich will die Drohne benutzen. Ja, ne? War das hier nicht der Raum, wo es, äh, vorher die... ... die... ... die... ... die... ... die... ... Goldrüstung gab? Nee. Die saßt doch hier so schön auf dem Sofa, ne? Nee. Lackt die hier nicht auf dem Sofa? Nee. Hier glaub ich nicht. Ich glaub hier nicht. Er glaubt hier nicht. Ich glaub da war noch ein anderer Raum. Einen weiter noch, oder sowas. Na, gut. Ich glaub dir kein Wort. Ich mir auch nicht. Aber ich hab versucht überzeugend zu sein. Ich geh weiter. Tschüss. Warte mal, erstmal... ... hier lag noch, glaub ich, was zu essen für mich. Da. Da, 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 da. Essen. Mh. Schmackofatz von Frohlich. Ja, wir... Oh, wer da? Theatralisch. Mh. Ich krieg noch kurz was. Kriegt denn irgendeiner gehäutet? Ah, hier. Ja. Jo. Jo. Jetzt glaub ich ja viel weg. Ich hab's... Nicht. Ich bin auch voll dann. Ja, hier sind Babys. Babys! Zwei auf einen Streich! Yeah! Doppelabtreibung. Kommt da her, oder was? Irgendwie klingt's hier nach noch was, ne? Ach, hier ist noch ein Baby hinter der Tür. Das klingt nach was. Der Golfball. Hier ist die Golf. Wie Golf? Wie Golf? Wie Golf? Ah, hier ist das mit den komischen Symbolen. Wie Golf? Wie Golf? Wie Golf? Wie Golf? Ja, hier ist der Golfschläger. Eigentlich kann man Golfschläger als Waffe mitnehmen. Warum kann ich davon keinen mitnehmen dann? Das Tier ist interessant. Na? Na, wird da nicht interessant. Gibt's du, ist da nicht interessant. Was ist interessant? Na, ich hab dieses, diese Übersetzungsdienst gefunden, was einer da gebaut hat. Den Code. Ihr seid schön direkt. Tschüss! Tschüss! Nein! Ich folge nur dem Führer. Geh, ich bin hinter dir. Ha! Ha! Oh! Doki, das war nicht so klug, hast du selbst gemerkt, ne? Na und? Macht nichts. Erzähl dir mal was an, Junge. Und dann nimm dir ne Rüstung mit. Nimm dir gleich, ich bin gekleidet. Echt? Haben wir nichts ausgezogen? Nein, hab nicht. Na, aber los. Wobei, ich glaub ich schmeiß eh weg. Ich schmeiß auch weg. Bin fort mit dem Stück. Das ist meins! Hm, hier ist ein Schädel in der Mikrowelle. Hm, toll. Hier ist ein Laptop, den du kaputt machen kannst. Ja, nice! Veraltete Technik, will eh keiner. Ich hab nen Fisch eingepackt. Echt? Ich auch. Jo. Wie er schon weiter rennt! Ja. Die Horde rennt. Dann würdest du als erstes das Katana haben. Das da? Oh, ne Aktion! Aktion! Lederanzug. Wing! Schwing! Lack und Lederanzug! Lack und Lederanzug! Lack und Lederanzug! Lederanzug. Den du ihr geben kannst? Ob noch mal zweit ist? Ich hab... Im Inventar hab ich nur ne Leder Tasche... äh Jacke. Ja, dann ist das derselbe, den du bei der Buchschrauber findest, den ich hier von nahe. In meinem Spiel. Das hier findest du noch mal. Okay. Du, Stick. Klang's. Oh Gott, wo ist denn das Katana? Hast du das übersehen? Oder findest du so im Inventar nicht? Ja, hab ich's hau gesucht. Ach ja, stimmt. Vielleicht mal auf nen Shortcut legen, wa? Es fällt aber auch wirklich kaum auf. Ist schon irgendwas auf der 2? Jo, es fällt's auf. Aber hier ist nischt. Hier ist gar nischt. Keine Ahnung, ob ich schon was auf der 2 hab. Mal gucken, hab ich irgendwas. Dann hab ich hier... Tschüss Dirk! Hier ist das. Fünf ist das. Sechs ist das. Ich hab mal was da. Da gibt's kein Katana für mich. Kapi! Schnitzel, Schnitzel. Das hört sich nicht gut an. Ah! Das ist ne andere Kamera. Das ist aber nur... Das ist ein Live-Bild. Das ist hier Dings hier. Das ist hier Honky. Der mit dem Laptop in der Hand. Das ist Jimmy! Timmy! So! Ich hab' mir jetzt rausgelassen. Jimmy! Jimmy! Und Co. Timmy! Jimmy! Und Kimmy! Hm! Das ist der Timmy! Willst du frisches Obst? Da steht frisches Obst auf dem Tisch. Frischer kann's nicht sein. Warte, ich lass ihn auch raus. Ich lass ihn auch raus. Jimmy, ausgelassen! Jimmy bedankt sich! Tschüss! Übrigens, dieser Raum war auch neu, ne? Mit dem Update. Ja. Das ist, äh, der eine Edelbunker. Da kommst du jetzt nicht mehr mit der Karte rein, sondern den hast du jetzt aufgesperrt. Der eine. Der eine. Nicht der andere. Der war die Türste. Achtung. Ih! Dämon! Dämon! Verbrennt ihn! Ja, holt das Kreuz raus! Brände! Dämon, brände! Schön, schön machst du das, Dirk. Hoffentlich gehe ich jetzt nicht auch in Flammen auf, wenn ich vor dich gehe. Dämon, brände! Wieso können wir den ab, 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 ernten? Tja. Irgendjemand hat mir eine verpasst? Warte, ich muss erst mal was einziehen. Äh, anziehen. Ach so, ja, ich muss auch erst mal anziehen, genau, richtig. Ah! Ja, ich konnte auch... Ich muss mir auch erst mal einen anziehen. Watt! Okay. Steffen war zu eilig! Hier liegt eins. Wann nehme ich das mit. Okay, wo geht's hier? Ah, Operationssaal. Steffen war zu eilig! Hier. Hä? Es stimmt, hier war vorher kein Dämon. Lieb's lieb! Sam Sounder! Oh, die Maske! 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 Warum liegt hier Stroh? Warum liegt hier kein Stroh? Ist die bessere Frage. Jetzt guck ich mir... Ja, guck mal! Ich habe die Maske auf! Oh! 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 Warte mal, ich setze die rote auf! Man, jetzt pack die Kacke hier weg! Dann darf er, du kannst nur Rot spüren. Hier, ich habe die rote Maske auf! Oops! Okay. Wolltest du ihn jetzt gerade hauen? Er hat mich gehauen. Okay. Aber er hat zum Glück keine Rüste gekostet. Keine Dill-dill-dill-dill-dill? Du wolltest eigentlich Dildo sagen Du wolltest sagen, es hat kein Dildo gekostet Sehr gut, das ist genau das, was total logisch ist in diesem Satz Er wollte dich hauen und es hat kein Dildo gekostet Das macht doch Sinn Die Frage ist nur nach dem Kontext in dem Fall Ich weiß nicht, in welchem Leben und welchem Land Das war gut, okay Du weißt schon, was du sagst Ja, es kommt drauf an, was für einen Fetisch du hast Hm Wo sind wir jetzt rausgekommen? Da drüben ist eine Höhle Da liegt ein Boot Was? Das war doch eine wertlose Höhle Vielleicht kann man da auch tauchen Vielleicht haben wir es auch nur übersehen wie bei der anderen Wie weit bin ich von meinem Gleiter entfernt? Weit Der ist weit, weit weg Wollen wir rüberschwimmen oder rumlaufen? Was? Mein schöner Gleiter Ach, Dürki Du wirst einen neuen finden Der wird aber nicht so gut sein wie der alte Vielleicht ist er besser als der alte Ich hab mit dem schon so viel erlebt Einflug Zwei 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 Mit dem neuen wirst du noch viel mehr erleben Oh, guck mal Seerosen In your face Da ist fürriegelt und verrammelt Da ist fürriegelt und verrammelt Da kommen wir nicht rein Da ist fürriegelt und verrammelt Wir sollten mal im Kern Fürriegelt Da ist fürriegelt und fürramelt Boah, ey, die Brutale Das kann keine, keine, keine Äh Unnötige Höhle sein Die macht voll das Tolle Geräusch, wenn man sie öffnet Was ist das denn? Guck mal, hier ist ein Boot Da ist ein Schädel Hier ist ein Wasser Boat Gibt's dem Boot auch Geld So viel Wasser Aber nicht trinkbar, das Wasser Ja, ist Hier ist Wasser Dann nicht nicht Lassen wir mal nicht weiter Ja, siehste, ich sag doch, die Höhle ist nicht unnötig Es gibt keine unnötigen Höhlen in diesem Spiel Ja Was ist das? Höhlenmalerei Höhlenmalerei Was? Besuch? Ja Ich hab doch gar keinen Kuchen gemacht Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen gemacht Da bin ich ein Torer rum Ach, da ist der Kann ich mal aufhören, sich so ekelhaft zu bewegen Wo ist der denn da, ist er? Mann, die Aua Warum hat der mich denn jetzt umgehauen, das ist dann falsch mit ihm Weil du umwerfend bist Dirk Zumindest für ihn Die sind irgendwie wendiger, habe ich das Gefühl Hier ist er, ein Toter ist dir? Ja, wir sind Wir haben mehr als einen Toten Achso Schnetzel, 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 Grunasch fertig Alter Die halten mehr aus, oder? Mann, die hat mir jetzt was ausgezogen Achso, warte mal, ich muss jetzt mal anlegen, bevor ich kann Bevor er kann, muss er sich was anlegen Jo 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 Bah Äh Ich bin, glaube ich, wieder voll Jo 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 Bah Ja, ich schmeiß weg, ihr könnt alleine weitermachen Und wo hast du hingeschmissen? Keine Ahnung, wahrscheinlich in die Wand Wow Der lag hier ja so toll Ach, ihr seid auch voll, weil hier auf der Schräge lag doch noch einer, glaube ich hier Falls ihr noch einen braucht Ich brauch den noch Ja, braucht den noch Jo Der Ärmste Oh, hier lebt noch einer Achtung Ja, er lebt noch, er lebt noch Ja, ich glaub das ist sie, oh Pro Tipp, einfach den Arm abhacken, dann sind sie tot Und da siehst du? Also ich würde mir auch nehmen wollen Ja, dann mach das, hier sitzt auch noch einer Na gut, dann nehm ich den ja Auch tot Der hast du schon gebückt, den nehme ich Bein ab Okay, ich schmeiß weg So nach dem Motto Bück dich, ich beglück dich Beglück dich Beglück dich Fee, Wunsch ist Wunsch Bis vor einiger Zeit Bis vor ein Jahr durften wir das nicht mal auf Arbeit sagen Wieso nicht? Ich hab doch gar keine Fee Hat sie Wünsche erfüllt? Nein, also war es keine Fee Keine echte Keine echte Ne Fake Fee Ist nix Hm Ja, bloß Oh, ist da viele Stalagmiden Oh, guck mal Hier leuchtet's Oh, schön, das ist Gold Das ist alles Katzengeut Das seh ich doch Das ist kein Gold, Jim Das ist Kupfer Oh, Färbung her Das sieht doch Rutschen aus, oder? Das ist Rutschen Nein, nein Oh Dauchen Oh Ach, kannst du mir mal Bitte nicht direkt vor der Fresse schwimmen? Beziehungsweise in der Fresse? Ja, versucht die Luft zu machen, indem man die ins Gesicht pupst Ah, meinst du, da kommt Sauerstoff mit dabei raus? Ich dachte immer, das wäre nur reines Methan Das weiß ich nicht Das habe ich jetzt noch nicht untersucht gehabt Die sind arme Arme Sind sie doch von diesen Teilen erschrocken? Ja Dein Ernst? Ja Ich glaube schon, das ist dein Ernst war Der hat eine Handgranate in der Hand Hat die eingesammelt? Was? Der Kollege hat hier eine Handgranate in der Hand Eine Handgranate? Genau Oh, ich bin schon weiter geschwommen, tut mir leid Hier läuft einer Ja, schade Wir sehen uns dann in der Hölle Ne, so weit sind wir ja noch nicht Da ist übrigens ein neuer Gegner, ne? In der Hölle Neuer Boss-Gegner Ich brauche keine Rüstung Ich auch nicht Neuer Boss Boss Boss-Gegner Boss, Boss Ja, Boss Geht's hier lang? Ich geh da nicht hin Das ist eh Sackgasse Ich geh da nicht hin Das ist eh Sackgasse Das ist eklig und Sackgasse Das ist ein Baby Ja, sag ich doch eklig Und Sackgasse Das ist noch ein Baby Das ist noch ein Baby Junge, ich komme gleich mal mit meiner guten Gusseisernen zu dir rum Ah, Seil 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 Ey, ihr könnts auch noch, kriegt noch ein Baby rum Ja, das habe ich für dich übrig gelassen Hab Gott noch was Kinder Mit guten alten Seilen Äh, da gehts raus, ne? Keine Ahnung, erstmal gehts hier nur rauf Na gut Ist hier schon wieder so ein schicker, so ein schicker Gang So ein schicker Ah, so ein schicker 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 Masala Boah, wie er stark ist Der hat bei mir die Taschen ab in der Hand und zieht sich mit einem Arm hoch, ey Boah, ich bin sowas von stark, ey Ich bin so cool, krasser, starker Typ Äh Äh Das kommt mir sehr bekannt vor hier Kann ich auch sagen Ich sag doch, hier ist wieder so ein schicker Gang Aber sonst ist hier anders Schicker Dinger Oh Ähm Oh Ähm Das, das Ding hat bei mir einen Geisterkopf Ich glaube, die sind nicht zum Köpfen gedacht Muss mal was essen und was trinken Okay, ja, ich auch Jetzt wo du es sagst Jetzt wo du es sagst, wirklich auch Riecht nach Hunger Ja Braucht mal jemand was, äh Dried Fleisch Oder sowas Ich hätte noch zwei, die ich auch abgeben könnte, wenn ich brauche Gerade nicht Ich bin versorgt Dried Fleisch Noch eine Dose Energy hinterher Dafür habe ich eine Wasserflasche Naja, die hebe ich auch für den Notfall Tue Typen haben Wasserflaschen Ja Selbstgedruckte Na selbstgedruckt ist hier nicht, aber dafür aus Edelstahl Zwei Liter Jähu Ja Juhu 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 halb bekannt vor mir eigentlich auch nicht immer noch nicht ich dachte gerade das wäre vielleicht die höhle dafür kann man nicht tauchen wenn ihr unter wasser sein könnte das ist so cool aus gerade ich wollte es nur sagen wir hätten ja unter wasser sein können aber es war uns zu uncool also haben wir nicht gemacht die neue höhle wo die rüstung sein soll die goldene da läuft ein finger peter es ist der zwölf finger bild ist nicht ganz dicht gemerkt hast ist das nicht ich muss das mal anlegen muss es mal anlegen warte mal ja jetzt mal alle weg ich wollte sagen ich mache mit dann kannst du meine weggeworfene aufnehmen so irgendwo in die richtung hier habe ich sie hingeworfen wie nicht eine jahre habe ich bitte schön dankeschön aber ich würde gerne wissen ob hier ein paar leute schrot weil die kultisten das sind die kultisten das sage ich die haben die haben die schlaufer zu wollen die stadt ist am weg einfach mal kultisten fisten was nichts gehört kommt ihr noch irgendwas ich bin neugierig diese höhle ist neu und mit per woll gewaschen und langweilig ich habe gerade mikro ausgabt und meine tochter tschüss gesagt und du sagst immerhin tschüss dachtest du schon habe ich nicht aus deswegen hörst du dich selber wenn du tschüss sagst das hat mich gerade irritiert ach so steffen ist hinter uns hier geht es ein seil runter also kann man ja auch von einer anderen seite wahrscheinlich rein weil für das stück im seil runter macht ja keinen sinn damit du nicht mehr tust kann ich nicht an staub für staub die straße gabelt sich jim dann machen wir erstmal die wo die babys sind ich habe kein sohn war ich bin friedliebender mensch diese pazifisten aber guck mal sauerstoff ich habe einen sauerstoff ins wasser geworfen kacke was habt ihr der arme pazifisten ist das man überhaupt tauchen sieht er so dass man da hinten durchschwimmen kann man kann das aber ich tue es weil ich gerne da bin ja aber das verschwendet ja sauerstoff ich hab doch genug sagst du sag ich na ich glaube jetzt müssen wir tauchen aber hier dürfte es dann auch tiefer gehen das ist ja alles gebaut also wirklich da dann scharf links leute das hat keiner gebaut links sehen diese höhlen für dich nach gebaut aus jetzt wieder raus hier ist nichts ich will auch so anzug und sind keine kollegen hier ist die goldrüstung tatsache sag ich doch sie haben doch gesagt das ist eine neue höhle und die neue höhle die höhle war meiner meinung nach noch ich hab die jetzt angezogen ne doch nicht hab ich die angezogen hab ich sie nicht angezogen ich hab sie nicht angezogen eigentlich hast du sie eingepackt ja gut wenn du sie nicht angezogen hast dachte gerade weil man lange kurz gewusst wenn du sie angezogen hast hast du sie natürlich angezogen aber wenn du sie nicht angezogen hast du sie nicht angezogen was hast du hase wo geht's raus über seile aber erstmal noch gucken ob ich vielleicht noch was ist ist nichts okay also über seile wenn ich sehe nichts ausgelöschtet sie nix bedauerlich ich muss die gelten auch machen mach die Lumpfschluft du Arschkrampe jetzt muss ich mir in den Hüterland drüber hochklettern oh meine Ausdauer ich kletter richtig durch mach Platz auf mach gerne ich weiß ja nicht wie sie sich hier anhalten ich hatte keine Ausdauer mehr wird's bald mal ich war noch beim alten Forest-Teil da wär man abgestürzt ohne Ausdauer ja dann wär ich schneller gewesen wenn du aufgestürzt bist träumen weiter tschüss noch mal oben aber ich bin frei aber drei Seile sind's ne die man hoch muss ich hab die die Hülle noch nicht gesehen gehabt deswegen weiß ich's nicht na ich hab das irgendwo gehört man drei Sachen ja manchmal hör ich hin aber nicht bei dir was hast du gesagt was interessiert eh keinen halt's goschen quatsch nicht in meine Videos mach die Nachvertronung noch ein Seil sind tatsächlich drei vielleicht werden's auch noch vier wer weiß genau kommen wir jetzt oben auf dem Gittel raus oder was machen wir jetzt hier ne du kommst unten am Strand raus voll geil du kletterst hier nach oben du kletterst nach links voll schon immer am Strand bestimmt umgekehrte ähm gravitation ja du kommst jetzt im ersten Teil raus mit der jetzigen Grafik wäre das okay aber nur okay aber man muss ja sagen damals The Forest sah ja gut aus für damals ne also ich hab's ich kann nicht rein an das Spiel nicht? wieso nicht? wusstest du nicht wo du's kaufen hast? hier sind Babes Babes mein Schweinchen namens Babe aber die Mehrzahl davon ah nochmal Sauerstoff weil der schwer tauchen muss juhu das ist dann kein Bock mehr aufs tauchen man sieht hier immer so den nicht so leid und schieb Taucher mhm jetzt noch so ein Hai das wär geil aber ein Tod einfach nur so damit du dich erschrickst ne schon lebend dafür folgt sich dann die ganze Zeit aber mit Musik bitte passen da so ich bin ich bin müde sagts mein Karakter ich bin müde sag klar d wenn müde mir das alles würd ich an solch anzutun d d d d d d d d Und nach dem ganzen Baden muss ich jetzt mal eins trinken. Trink mal, kann man nicht trinken, das Wasser hier ist eklig. Ja, weil alle immer drin baden. Ich hab da reingepupst. Auch das. Da steht einer. Da schriechen zwei. Au! Hat er nicht eingegeben. Hat er aber nicht eingegeben. Der hat mir vier Rüstung gezockt. Ihr macht das schon, ne? Ich zieh mich erst mal an. Alter. Boah. Der hat er mit ihm. Was ist mit ihm los? Der macht voll den Brummkreisel. So, gut hier. Hier. Ich hab keine Position mehr. Ja. Ich glaube, er ist tot, Jim. Okay, ich kann. Zieht euch erst mal alle an, ihr Kinders. Ich zieh mich auch gleich ein, weiter kurz. Ich esse und trinke mal noch was. Fünf hat er mir gezockt, Junge. Ich mach mir mal ne Dose auf. Hat mir der Entgegnete. Yo. Hm, warte, ich muss erst mal ne Dose essen. Hm. Jetzt mal lieber den Inhalt, Mensch. Yo. Boah. Boah. Äh. Okay. Warte mal, ich schieb den einmal kurz weg, damit er nicht stört. So, yo. Yo. Boah. Äh. Außerdem, nein, ich esse lieber meine Dosen. Yo. Für den Eisengehalt im Blut. Moment, 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 Baaah. Und guck mal, es wird tatsächlich ein viertes Seil. Nein, okay. Als, als, als hätte ich's gewusst. Sie hätte's gewusst. Fuck bei mir gut rum, gerade. Was sagst du? Ja, in der Leiche. Mach das so weg, denn's. Ach so, ja, das machen die manchmal. Das ist, dämonische Aktivitäten. Okay. Er backt sich doch einen Kuchen. Vielleicht backt er sich auch Bunny. Das ist das so. Ja. Boah, wenn ich ganz oben rauskomme, dann falle ich vom Glauben ab. An welchen Glauben glaubst du denn? Lass mich alle verehren. Ja, dann, äh, viel Spaß. Feier.